Hallo Tayo! Klick nur sich hier, um sich anzumelden. Wer ist cooler? An einem schönen Nachmittag spielen die kleinen Busse auf dem Spielplatz. Rogi, was möchtest du machen? Lass mich nachdenken. Tayo! Rogi! Harry! Hallo Bonbon und Olli! Hallo! Hey ihr Lieben, könntet ihr für eine Weile auf diese Babyautos aufpassen? Aber gern, natürlich. Musst du denn noch irgendwo hin? Ja, ich muss noch ein paar andere Babyautos abholen. Ah, verstehe. Keine Sorge, wir kümmern uns. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich verlasse mich auf euch zwei. Okay. Tayo, lass uns spielen! Ja, gern. Was wollt ihr machen? Äh, Züge, lass uns was mit Zügen spielen. Gute Idee. Halt dich gut fest. Der Zug ist abfahrbereit. Uhu! Bonbon hat richtig Spaß. Olli, möchtest du was spielen? Wirklich? Ja, gerne. Möchtest du die Rutsche runterrutschen? Oh ja! Das geht richtig an. Okay, Olli. Wow. Ich rutsche zuerst und du folgst mir. Na klar, das schaffe ich. Juhu! Ja! Wow! Jetzt kommt Olli! Juhu! Aha! Wie war das, Olli? Super lustig, oder? Ja, mit dir macht es am meisten Spaß, Rogi. Ist das so? Ja, Olli. Du bist der Beste. Bonbon und Olli sind mit Carrie auf dem Weg nach Hause. Weißt du, Bonbon, ich finde Rogi wirklich cool. Was? Rogi? Hm. Ich finde Tayo viel cooler als Rogi. Nein! Rogi kann wirklich gut rutschen und auch sonst alles. Das kann Tayo aber auch. Wir fragen Tayo und Rogi morgen einfach. Na gut. Am nächsten Tag kommen Tayo und Rogi von der Arbeit nach Hause. Oh, was für ein anstrengender Tag. Ja, was? Tayo! Rogi! Hallo Leute, was ist los? Tayo, du bist cooler als Rogi, oder? Das stimmt nicht. Rogi ist viel cooler, oder? Wer von uns cooler ist, also? Ich natürlich. Meister Rogi ist viel cooler. Was? Ich bin besser als du, du selbstverliebter Kerl. Was? Ich und selbstverliebt? Ja, oder stimmt das etwa nicht? Dann testen wir mal, wer besser ist. Aber immer. Den gewinne ich ja sowieso. Ha, das wollte ich auch gerade sagen. Tayo und Rogi stehen sich in einem Wettbewerb gegenüber. Also, wer mehr Umwürf gewinnt? Tch, ich werde locker gewinnen. Rogi! Rogi! Tayo! Tayo! Alles klar, dann fange ich mal an. Ha! Wow, du hast bis auf einen alle umgeworfen. Klasse! Wow, Tayo wird ganz sicher gewinnen. Rogi sollte gewinnen. Vertrau mir, Olli. Also, los. Ja, nehmt das! Oh, bitte. Juhu! Wow! Warte, Mann! Rogi ist klasse! Aber gar nichts. Oh, nein. Nein. Bon, Bon. Hm. Rogi, lass uns noch ein Spiel machen. Jederzeit. Ich gewinne sowieso. Er hat recht. In dieser Runde spielen wir Reifenwettpupsen. Okay. Los, Rogi. Tayo, du kannst gewinnen, oder? Natürlich. Alles klar, diesmal starte ich. Wow! Wie war das? Oh nein, so weit. Keine Angst, Bonbon. So, jetzt bin ich dran. Oh nein, so ein Mist, der ging ja richtig weit. Wow, ich wusste, dass Tayo der Beste ist. Wir haben keinen Grund zur Sorge. Tayo, der kleine Bus. Der Wettbewerb geht weiter und es steht unentschieden zwischen Tayo und Rogi. Was sollen wir als nächstes spielen? Wie wäre es, wenn wir Musik pupsen? Nein, kein Gepupse mehr. Leute! Hanna! Was ist das alles? Na ja, unsere Garage war ein bisschen schmutzig, also mache ich jetzt sauber. Ich helfe dir gern beim Saubermachen, Hanna. Ich kann das viel besser als Rogi. Seine Garage ist nie sauber. Was? Ich kann super sauber machen. Willst du wirklich rausfinden, wer das besser kann? Na gut. Wow, wir machen einen Saubermach-Wettbewerb. Oh. Wow. Wow, es ist wirklich sauber. Vielen Dank, Leute. Also, wer war besser? Ich, richtig? Nein, ich war besser, oder? Ihr wart beide gut. Vielen Dank. Hallo. Aber jetzt können wir nicht sagen, wer besser war. Ja, wir brauchen wohl noch eine Runde. Okay, sei bereit, Rogi. Ich zeige dir, wer von uns beiden Kohler ist. Seid ihr sicher, dass ihr das hinkriegt? Natürlich. Ich kann es sogar besser als Tayo. Ich werde mal schneller abliefern als du. Los, Tayo! Los, Rogi! Ihr wollt einen Abschlepp-Wettbewerb machen? Los, Tayo! Du schaffst das, Rogi! Der Wettbewerb kann nicht so einfach entschieden werden. Was könnten Sie denn noch tun? Ihr wollt weitermachen? Ja, wir wissen ja noch nicht, wer cooler ist. Oh, wieso machen wir die nächste Runde nicht im Tunnel? Oh ja, genau! Im Tunnel? Ja, es gibt einen sehr alten Tunnel. Mir ist mal ein Reifen reingerollt, mit dem ich gespielt habe. Es gab dieses gruselige Geräusch. Ich hatte wirklich Angst. Also, wer den Reifen als erstes aus dem Tunnel holt, hat gewonnen. Gut, oder? Ähm, oh ja, also ich bin dabei. Ich fürchte, ich dann auch. Da wären wir. Das ist er. Ja! Er sieht gruseliger aus, als ich erwartet habe. Er ist so gruselig. Soll ich aufgeben? Du musst den Reifen zuerst rausbringen, Tayo. Nein, Rogi bringt ihn zuerst raus. Ja! Aber, aber sicher. Sollen wir dann jetzt anfangen? Na, natürlich. Tayo und Rogi haben Angst, aber sie müssen trotzdem in den Tunnel fahren. Hast du, hast du Angst, Rogi? Nein, nein, kein bisschen. Du etwa, Tayo? Ich doch nicht. Was, 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 was war das? Dieses Geräusch. Ich weiß nicht. Und das alles nur wegen Bobbom und Olli. Richtig. Was soll denn dieser ganze Wettbewerbskram? Immerhin sind wir zusammen hier, also ist es nicht ganz so gruselig, oder? Ja. Sollen wir den Wettbewerb einfach abblasen und den Reifen zusammen rausbringen? Ja, dann sind wir eben beide coole Autos. Bum, Bum und Olli warten währenddessen draußen vor dem Tunnel. Wieso kommen Tayo und Rogi nicht wieder raus? Oh, sieh mal da drüben. Oh. Das ist ein Reifen. Ja. Oh, hallo. Wer hat den Reifen zuerst denn? Bestimmt Tayo, oder? Quatsch. Bestimmt Rogi. Nein, wir haben ihn zusammengefunden. Oh, ihr habt ihn zusammengefunden? Mhm. Anstatt zu versuchen, besser zu sein. Ist es cooler, zusammenzuarbeiten? Aha. Wir haben da drinnen sogar ein Monster besiegt. Ein Monster? Ja, es war so gruselig. Aber wir haben dem Monster eine Lektion erteilt. Tayo und Rogi sind beide die coolsten. Richtig. Ihr seid beide super cool. Komm, fahren wir wieder zurück, okay? Okay. Aber haben Tayo und Rogi tatsächlich ein Monster besiegt? Rogi, behalten wir, was im Tunnel wirklich passiert ist für uns? Aber sicher. Was ist das denn jetzt? Das ist ein... Das ist ein Monster! Tayo, Rogi! Es ist gar kein Monster? Was seid ihr denn hier? Wir sind dabei, diesen alten Tunnel wieder herzurichten. Ah, ich verstehe. Was ist mit euch beiden? Was macht ihr an diesem gefährlichen Ort? Äh... Das ist eine lange... Ihr seid lustig. Ihr seid also hier, weil die Babyautos einen Wettstreit wollten? Ja. Hier. Wonach ihr hier unten gesucht habt. Euer Reifen. Juhu! Wir haben ihn endlich. Hey, Rogi! Ja, Tayo? Also, wenn wir jetzt wieder rausfahren... Das ist eine klasse Idee. Aha, das ist also wirklich passiert. Wir werden das Geheimnis natürlich bewahren. Ich weiß nicht, ob wir belli sicher sein. Aber wir wollen unseln. Das ist es ein Kanapand. das ist alles get不好.